Zwölf Vorteile der Stiftung als Rechtsform der Holding gegenüber der GmbH wollen wir uns mal jetzt in dem Video anschauen, weil das aber das Video ein bisschen sprengen würde und ich das Video nicht zu lang machen will und ich zu jedem Vorteil auch ein bisschen was erzählen möchte, machen wir daraus jetzt drei Teile. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal und auch die Glocke aktivieren, denn dann seid ihr informiert, wenn wir die nächsten Videos hochladen, die werden wir jetzt nachfolgend dann alle hochladen. Heute in dem ersten Teil legen wir los mit den ersten vier Vorteilen der Stiftung, der Rechtsform der Stiftung gegenüber einer GmbH oder einer anderen Kapitalgesellschaft oder einer anderen Rechtsform, sage ich mal, wie eine AG oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder auch eine andere Rechtsform, das kann auch eine Personengesellschaft sein, eine GmbH und ein Kogage in Form der Holding, denn die Holding und das ist schon mal der Einstieg in das Thema, ist nur ein Begriff. Viele assoziieren mit dem Begriff Holding immer eine GmbH Holding und das ist aber gar nicht so, denn ein Holding ist erstmal gar nichts, das ist nur eine Funktion, das ist nur die Funktion einer Gesellschaft, der ich einem bestimmten Zweck widme und zwar hat die Holding oft die Funktion, Beteiligung zu halten, das Vermögen zu halten, das Vermögen vom operativen Geschäft zu trennen, sage ich mal, dass sich da einfach, ja, das Vermögen besser schützt auch. Also die Holding hat die Funktion einfach sozusagen wie eine, ist einfach eine doppelstöckige Struktur einer Gesellschaftsstruktur, klassischerweise eine operative GmbH und oben drüber dann eben die Holding in Form einer GmbH oder einer anderen Rechtsform und diese Rechtsform hier oben, die in der GmbH sein kann, aber auch eine Stiftung und warum die Stiftung die bessere Holding ist als die Vermögensverwaltung der GmbH, schauen wir uns jetzt in den nächsten drei Teilen mal an, aber die hat eben nur die Funktion, die Beteiligung zu halten, Töchtergesellschaften zu halten und nach außen gar nicht so in Erscheinung zu treten, weil Kundenkontakt wollen wir nicht in unserer Holding, denn das birgt alles Risiken. Wir wollen in der Holding unser Vermögen ja strukturieren und auch schützen und auch weiter aufbauen und wollen operative Risiken möglichst raushalten. Deswegen kann die Holding eine GmbH sein, kann aber auch gut eine Stiftung sein, denn die Stiftung, die als Zweck der Rechtsform der Stiftung, was ist denn der Zweck einer Stiftung, erfüllen genau die Zwecke nämlich einer Holding. Und zwar ist es ein Vermögenstool, eine Vermögensrechtsform, um Vermögen zu schützen, im besten Fall im Sinne einer Familie, denn wir reden jetzt bei diesen zwölf Vorteilen nicht über die Stiftung im Allgemeinen, denn eine Stiftung kann viele Ausprägungen haben, gemeinnützig, kirchlich oder, 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 sondern wir reden nur über die Familienstiftung. Denn die Familienstiftung, also diese Rechtsform der Stiftung, hat dann den Zweck, eine bestimmte Familie oder ein Kreis von Menschen, sage ich mal, das muss gar keine Familie im klassischen Sinne sein, zu begünstigen und zu fördern und das Vermögen im Interesse dieser Familie zu schützen, aufzubauen und die Familienmitglieder dann, die Stifterfamilie sozusagen, dann auch zu fördern. Und genau deswegen ist die Stiftung eine super geeignete Rechtsform für eine Holding. Und gegenüber der klassischen GmbH oder einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft oder einer GmbH und Co.H.G. gibt es wesentliche Vorteile. Wir beziehen uns jetzt aber bei diesen zwölf Vorteilen mal zwischen der Stiftung und der GmbH. Denn die, das sind die häufigsten Erscheinungsformen einer Holding, oft eben diese Vermögensverwaltung der GmbH. Und warum ich die Stiftung der GmbH meistens in den Strategieberatungen, den Mandanten dann doch empfehle, anstatt der GmbH? Schauen wir uns jetzt mal an. Und vielleicht ist für dich auch die Stiftung die eigene Rechtsform. Aber vorab muss ich gleich sagen, die Stiftung ist jetzt nicht die Qual der Wahl. Also man muss nicht immer eine Stiftung wählen. Denn die Stiftung hat zwar wesentliche Vorteile, zwölf an der Zahl, die wir uns jetzt in den nächsten Videos ja auch anschauen werden und auch ausführlich besprechen werden. Aber ob für dich das die geeignete Rechtsform ist, das muss immer individuell geprüft werden. Denn manchmal macht es wirklich gar keinen Sinn, eine Stiftung als Holding zu gründen, sondern vielleicht doch auch die GmbH aus umwahlungssteuertechnischen Gründen oder aus familiären Gründen oder, oder, oder. In den meisten Fällen muss man das nämlich abwägen, macht die Stiftung schon Sinn. Aber ob für dich diese Stiftung Sinn macht, bildet dir dein eigenes Bild über die nächsten drei Videos. Aber bevor du in die Umsetzung gehst, komm trotzdem zu uns in eine Steuerstrategieberatung. Denn wir analysieren nochmal für deinen Fall, insbesondere ob sich da für deinen individuellen Fall die Stiftung als Holding überhaupt eignet, ob sich überhaupt ein Holding eignet oder ob man nicht andere Gestaltungen wählt. Denn jede Steuergestaltung und jede Firmenstruktur muss individuell geprüft werden. Und natürlich, wenn es eine schöne Rechtsform ist, sieht man die dann auch häufig und viele machen das auch. Aber ob es für deinen Fall sinnvoll ist, musst du immer individuell prüfen. Das heißt, nimm diese Videos jetzt nicht so auf, dass du sagst, hey, ich brauche jetzt unbedingt eine Stiftung, sondern lass das im Vorfeld nochmal gerne auch von uns prüfen. Schicke uns dazu gerne Anfrage. Wir schauen uns deinen Fall ausführlich an und besprechen mit dir auch diese zwölf Vorteile, ob die in deinem Fall eher positiv sind oder ob der Vorteil für dich vielleicht gar nicht so wichtig ist. Jetzt kommen wir aber mal zu diesen zwölf Vorteilen. Und wir fangen an mit dem ersten Vorteil und das hat diese Rechtsform der Stiftung schon an sich gegenüber der GmbH. Und zwar, dass die von ihrer Rechtsform her eben eine Körperschaft erstmal im klassischen Sinne ist, keine Kapitalgesellschaft und deswegen auch keine Gewerbesteuer zahlt. Das heißt, die ist keine Gewerbesteuerkraft ihrer Rechtsform. Also mal ein Beispiel, wenn ich jetzt in meiner GmbH eine Dividende bekomme, weil ich dort ein Aktiendepot habe von einem DAX-Konzern, dann zahle ich auf diese Dividende auf Ebene der GmbH 30%. Da gibt es keine Befrauung, keine Begünstigung, weil ich da in der Regel bei einem DAX-Konzern nicht mindestens 10 oder 15% halte. Das heißt, ich zahle da 30%. Wenn ich aber diese gleiche Aktie oder diese gleiche Beteiligung in meiner Stiftung halte und kriege da auch diese Dividende rein, dann zahle ich da nur 15%. Keine Gewerbesteuer, weil die Stiftung als Rechtsform kein Gewerbesteuersubjekt oder kein nicht gewerbesteuerpflichtiges Kraft ihrer Rechtsform, so wie es bei der GmbH im Gesetz steht. Ja, ja, ja. Es gibt natürlich schon ein paar Vergünstigungen, wo eine GmbH auch mal in der Gewerbesteuer befreit sein kann, begünstigt sein kann. Das sind aber dann Einzelfälle. Aber in der Regel ist die GmbH immer gewerbesteuerpflichtig. Die Stiftung, da gibt es solche Diskussionen gar nicht mit auch gewerblicher Investierung oder macht die dann doch was Gewerbliches, obwohl sie eigentlich nur befreite Umsätze macht und dann wird doch wieder alles gewerblich. Solche Diskussionen gibt es in der Stiftung gar nicht. Denn die ist Kraft die Rechtsform eben nicht gewerbesteuerpflichtig. Aber stellt euch die Stiftung vor wie ein Mensch. Wenn ihr was Gewerbliches macht, ihr macht jetzt eine Marketingagentur auf, macht euch selbstständig, macht euch da, seid tätig und macht gewerbliche Einkünfte oder ihr macht einen Amazon-Shop auf Verkaufprodukte im Internet, dann zahlt ihr ja für diese Einkunftsart als natürliche Person Gewerbesteuer. Weil das sind gewerbliche Einkünfte. Und genauso ist es in der Stiftung auch. Das heißt, natürlich kann da auch mal eine Gewerbesteuer anfallen, aber nur, wenn die was Gewerbliches macht und auch nur auf diesen Teil. Denn die Stiftung kann alle Einkunftsarten haben. Eine GmbH nicht. Eine GmbH hat immer gewerbliche Einkünfte, egal was die macht. Die hat immer gewerbliche Einkünfte. Deswegen, Vorteil Nummer 1, die Stiftung hat schon mal einen halbierten Steuersatz, weil sie keine Gewerbesteuer zahlt, Kraft ihrer Rechtsform. Vorteil Nummer 2, eine Stiftung hat auch noch einen Freibetrag. Das heißt, die Gewinne, die in der Stiftung anfallen, die sind erstmal nicht sofort steuerpflichtig. Also, wie beim Vorteil Nummer 1, stellt euch die Stiftung vor wie ein Mensch. Ein Mensch, eine natürliche Person, hat ja jeder Mensch, auch du hast in deiner Einkommenssteuererklärung einen Grundfreibetrag. Also, wenn du jetzt 10.000 im Jahr verdienst, dann musst du das nicht unbedingt versteuern, wenn du sonst keine anderen Einkünfte hast. Weil, du hast einen Grundfreibetrag, den jeder, jede natürliche Person hat, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und ab der Geburt. Also, der gilt ab der Geburt. Und dieser Freibetrag beträgt jetzt bei Menschen in der Regel so 10.000, 11.000. Und der steigt ja jedes Jahr ein bisschen an. Jetzt im Jahr 2023 sind wir bei 10.900. Aber der verändert sich jedes Jahr ein bisschen. Das heißt aber, ich muss bis zu diesem Betrag keine Steuern zahlen. Erst wenn ich mehr Einkünfte erziele, dann kommt die Einkommenssteuer und ich muss Steuern zahlen. Und genauso, was ähnliches, gibt es bei der Stiftung. Was es eigentlich bei Körperschaften oder bei der Körperschaftsteuer nicht gibt. Denn eine GmbH, die zahlt ab dem ersten Euro Steuern. Also, wenn ich in der GmbH ein Euro Gewinn habe, dann kommt das Finanzamt und sagt, bitte 15% Körperschaftsteuer und in der Regel sogar noch 15% Gewerbesteuer. Je nachdem, wie da der Gewerbesteuerhebesatz ist in eurer Gemeinde. Aber ich muss ab dem ersten Euro Gewinn, Gewinn, ganz wichtig, Steuern zahlen. Das heißt, wenn ich in der Stiftung aber ein Euro Gewinn mache, muss ich noch keine Steuern zahlen. Also, ich habe in der Stiftung sogar noch einen Freibetrag und zwar 5.000 Euro. 5.000 Euro, der wird immer gewährt, aber das darf man nicht falsch verstehen, sondern dieser Freibetrag, der wird jetzt nicht für jede Einkunftsart, die die Stiftung haben kann, gewährt, sondern der wird einmal allgemein abgezogen. Also, ein Beispiel, die Stiftung hat ein Depot, kriegt ein bisschen Dividenden, die steuerpflichtig sind, jetzt nicht Begünstigte, da kommen wir noch dazu. Dann hat sie vielleicht noch eine Immobilie, kriegt Mieterinnahmen. Dann hat sie vielleicht noch einen Pkw, den sie vermietet, kriegt auch Mieterinnahmen und diese Einkünfte werden, wie bei Menschen auch, alles zusammengerechnet. Dann gibt es einen Gesamtbetrag der Einkünfte mal vereinfacht gesagt und davon, bevor es eben ins zuversteuernde Einkommen kommt, darf ich noch einen Freibetrag abziehen von 5.000 Euro, den ich in der GmbH nicht habe. Kommen wir zum Vorteil Nummer 3. Und zwar, der hört sich am Anfang etwas komisch an, aber ist eigentlich genial, wenn man das Ganze verstanden hat. Und zwar, die Stiftung, dadurch habe ich eigentlich den höchsten Haftungsschutz, den ich mit einer Rechtsform, die wir in Deutschland haben, haben kann. Warum? Weil die Stiftung gehört mir nicht. Das heißt, das Vermögen, wenn du als Stifter auftrittst, wenn du eine Stiftung gründest und dort Vermögen einlegst und die Stiftung ist anerkannt, dann gehört die das nicht mehr. Das Vermögen gehört an der Stiftung und die Stiftung, die gehört niemanden. Die gehört sich selbst. Das hört sich sehr komisch an, aber es ist rechtlich so. Also die gehört sich selbst. Die hat keine Anteilseigner, aber das ist ein riesen Vorteil und da brauchst du vielleicht, musst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Das muss man mal sacken lassen, aber wenn du das dir mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich genial, weil, und das ist jetzt wichtig, das Vermögen gehört dir nicht mehr, aber du kontrollierst es zu jedem Zeitpunkt. Es ist nie weg, das Vermögen. Es ist immer unter deiner Kontrolle und das ist doch das Entscheidende, denn ich will es doch gar nicht, dass es mir gehört. Denn warum ist das genial? Naja, bei einer GmbH, Gegenstück, da gibt es Anteilseigner. Auch bei anderen Kapitalgesellschaften, bei einer Aktiengesellschaft gibt es Aktionäre, bei einer GmbH und KUKA G gibt es Anteilseigner. Also, ich habe dort Anteile und die Anteile, das ist ein Wirtschaftsgut. Das kann mir unter Umständen weggenommen werden. Also, wenn ich pleite gebe, dann kann der Insolvenzverwalter mir meine Anteile an meiner Holding fänden, mir meine Anteile an anderen Beteiligungen, die ich halte, wegnehmen, fänden. Das ist ein Wirtschaftsgut, das gehört ja mir, das ist in meinem Eigentum. Also, bei einer GmbH habe ich Anteilseigner. Das ist ein Nachteil. Einmal, Insolvenz haben wir gerade besprochen. Anderes Beispiel, Scheidung. Du lässt dich scheiden, du hast keinen Ehevertrag und da kann das auch zu erheblichen Vermögensverwerfnissen führen, ohne dass du das Geld hast. Weil, der Firmenwert deiner Unternehmung, deiner Unternehmensgruppe vielleicht sogar, wird im Rahmen eines Zugewinnausgleichs, wenn kein Ehevertrag ist und der gesetzliche Güterstand gilt, der Vermögensausgleich aus den Firmenwerten. Das heißt, deine Firma wird bewertet mit einer, ja, vielleicht unter Umständen sehr, sehr hohen Zahl, der Gewinn der letzten drei Jahre mal 13,75, der Wert und davon die Hälfte dann bitte an den geschiedenen Ehepartner. Hast du das Geld? Nein, das ist ja nur ein Firmenwert. Also, das kann die Firma in erhebliche Schwierigkeiten auch bringen, dich persönlich natürlich auch in erhebliche Schwierigkeiten bringen und dann kommen wir wieder zum ersten Punkt, dann bist du insolvent, dann kann man dir auch wieder die Anteile wegnehmen. Also, ist nicht so cool im Rahmen einer Scheidung, weil das auch ein Vermögensgegenstand ist und auch im Rahmen des Erbfalls. Was mir gehört, kann ich auch vererben und das ist der Riesenvorteil bei der Stiftung. Die gehört mir nicht mehr, ich habe hier keine Anteilseigner, aber ich kontrolliere diese Stiftung, denn ich bin Vorstamm einer Stiftung und zwar auf Lebzeiten. Das heißt, das Vermögen ist trotzdem nie weg, aber für eine Insolvenz, wenn ich private Insolvenz gebe, private Risiken lauern, Scheidung oder oder oder, kommt dann das Vermögen keiner mehr so einfach ran. Natürlich sollte ich die Stiftung frühzeitig gründen, jetzt schon, wenn ich in Struggle bin, privat oder in der Scheidungsprozess bin, dann gibt es da Anfechtungsfristen und und und, da kann ich natürlich jetzt nicht schnell was beiseite schaffen, aber wenn ihr das frühzeitig gründet, dann profitiert ihr hier von den höchsten haftungsrechtlichen Vorteilen, die eine Rechtsform hier in Deutschland bieten kann, weil das Vermögen euch nicht mehr gehört, die Stiftung gehört euch nicht mehr, aber ihr kontrolliert die ganze. Und das knüpft mich zum vierten Vorteil an, den letzten für dieses Video, was mir nicht gehört, ich habe es schon gesagt beim dritten Vorteil, ja, ich habe nicht nur einen erhöhten Haftungsschutz auch für andere privaten Risiken, aber ich habe auch einen erhöhten Haftungsschutz in der Herbstchaftssteuer. Denn was mir nicht gehört, kann ich auch nicht vererben. Das heißt, wenn der Unternehmer, wenn der Anteilseigner an seiner GmbH verstirbt und das kommt manchmal plötzlich und es ist nichts geregelt, es ist nichts gestaltet, dann kann das zu erheblichen Erbschaftssteuerbelastungen führen für die Nachkommen, was dazu führen kann, dass die Firma verkauft werden muss, zerschlagen werden muss oder, oder, oder. Das kann bei einer Stiftung nicht passieren. Denn, wenn der Unternehmer, der sein Unternehmen in einer Stiftung strukturiert hat oder seine Anteile in die Stiftung eingelegt hat, verstirbt, passiert mit der Stiftung erstmal gar nichts. Denn die Stiftung gehört dem Unternehmer ja nicht mehr. Die gehört sich selbst. Die kann nicht sterben. Also, da passiert gar nichts. Ich habe die Erbschaftssteuer mit einer Stiftung schon ideal geplant. Und ich sage bewusst, nicht gelöst. Nicht, ich habe sie nicht weg, die Erbschaftssteuer, aber ich habe sie besser geplant. wie bei einer GmbH. Denn bei einer GmbH, wenn der Anteilseigner stirbt, eben dann kommt, da ist der Tag der Tage da, es wird vererbt und dann müssen Steuern gezahlt werden. Wenn eine höhere Firmenwert da ist, ob die nachkommen, das Geld haben oder nicht für die Erbschaftssteuer, ist dem Finanzamt egal. Da wird in der Regel nichts gestundet oder, oder, oder. Klar, es gibt für Vererbung von Anteilen gibt es Vergünstigungen und, und, und. Ja, ja, das gibt es. Aber muss nicht sein, dass die auch immer greifen. Vor allem bei einer Holding, die oft viel schädliches Verwaltungsvermögen hat. Denn Betriebsvermögen ist nicht alles begünstigt, sondern nur operatives Betriebsvermögen. Da gibt es dann schädliches Verwaltungsvermögen und, und, und. Und das sind in der Regel ja hohe Geldbestände, Forderungen, Aktien, denen ich nicht mehr als 25% der Anteile halte. Also das ist dann eher nicht so begünstigt. Und da fällt dann doch vielleicht Erbschaftssteuer. Und das kann ich eben durch die Stiftung vermeiden. Denn die Stiftung, ja, mit der passiert gar nichts, wenn der Unternehmer stirbt, sondern dann wird eben einer danach kommt, zum Beispiel Vorstand. Im Gegenteil, ich kann sogar durch die Stiftung mein Vermögen langfristig schützen, weil ich kann die Vorstandsbestellung ja wählen, dass es vielleicht nicht nur die Familienmitglieder sein will. Vielleicht hat keiner Lust, in die Firma einzusteigen, sondern man nimmt einen fremden Vorstand, der die Firma leitet, der die Firma erhält. Und man schüttet nur die Erträge an die Familie aus. Da gibt es schöne Konstellationen, auch nicht nur mit einer Stiftung. Man kann da auch eine Doppelstiftung machen. Dazu mache ich aber mal ein eigenes Video, um auf jetzt diesen Erbschaftssteuervorteil nochmal zurückzukommen. Muss man aber auch ganz klar sagen, sie ist nicht gelöst, die Erbschaftssteuer. Denn ich habe mit der Stiftung zwar den Todesfall vom Unternehmer ja losgelöst. Also ich bin da ein bisschen nicht mehr abhängig, sondern ich habe es genau geplant. Es passiert gar nichts, die Stiftung verstirbt nicht. Aber halt doch, die Stiftung kann doch versterben. Aber zum Glück nur fiktiv. Denn der Gesetzgeber hat für Familienstiftungen, besser gesagt für Stiftungen, die in Deutschland hier unbeschränkt dann körperschutzsteuerpflichtig sind, also es kann auch auf eine ausländische Stiftung treffen, ganz wichtig, es ist nicht nur die deutsche Stiftung, unterliegt der sogenannten Erbersatzsteuer. Das heißt, weil eben dieser Sachverhalt da ist, dass sonst nie wieder Erbschaftssteuer einfallen würde, hat der Gesetzgeber eine Erbersatzsteuer ins Leben gerufen. Die gibt es auch schon lange. Und zwar besagt die, dass eben eine Stiftung, die im Sinne einer Familie ist, also eine klassische Familienstiftung, die hier unbeschränkt körperschutzsteuerpflichtig ist, alle 30 Jahre, also im 30-Jahres-Rhythmus, fiktiv das Vermögen vererbt wird. Also es wird ein Erbfall fingiert an zwei Kinder, deswegen habe ich hier einen Freibetrag von 800.000, also wenn das Stiftungsvermögen über 800.000 ist. Nur dann ist die Ersatzsteuer, die genauso geregelt ist wie die Erbschaftssteuer, also das ist kein extra Gesetz, sondern das ist die Erbschaftssteuer, aber halt ersatzweise dann für Stiftungen. Aber wichtig, das ist besser als die echte Erbschaftssteuer, weil die Erbersatzsteuer, ihr wisst genau, wann die anfällt. Ich habe es euch gerade gesagt, in 30 Jahren. Also nicht bei Gründung, sondern erst Gründung und dann in 30 Jahren fällt die das erste Mal und ihr wisst auch, wann sie dann noch das zweite Mal anfällt. wieder in 30 Jahren und ihr wisst, wann sie das dritte Mal anfällt. Wieder in 30 Jahren. Also ihr wisst immer, wann die Ersatzsteuer kommt oder die Erbschaftssteuer anfällt und das bringt uns natürlich wieder einige Gestaltungsmöglichkeiten, denn diese Erbersatzsteuer ist eine Stichtagsbetrachtung. Also ich kann es genau an diesem Stichtag natürlich das Vermögen so steuern, dass keine Erbersatzsteuer anfällt. Das würde jetzt aber dieses Video den Rahmen davon sprengen. Wenn dich das interessiert, dann komm gerne in eine unserer Beratungen, denn wir erklären die auch ausführlich, auch über unsere Beratungen im Rahmen unserer Umsetzung und auch im Rahmen unseres Stiftungsworkshops, wie du eben mit der Stiftung dann in der Praxis ideal umgehst und wir coachen dich auch oder wir setzen das Ganze auch mit dir um, dass du eben in 30 Jahren diese Erbersatzsteuer nicht voll zahlen musst oder sogar gar nicht zahlen musst, weil da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber zurückzukommen zu dem Vorteil Nummer 4, Erbschaftssteuer ist besser geplant als bei der GmbH. Ja, weil ich genau weiß, wann sie anfällt. Ich habe eine planbare Erbschaftssteuer und es ist sogar so, wenn sie dann doch anfällt, ist es nicht so, dass ich die sofort zahlen muss, wie bei der echten Erbschaftssteuer, dass ich da nicht viel Zeit habe, sondern ich kann die sogar, steht im Gesetz, auf 30 Jahresraten, Stunden, also bis zur nächsten Erbersatzsteuer. Deswegen mit der Stiftung Riesenvorteil gegenüber der GmbH. als Holding habe ich die Erbschaftssteuer schon optimiert. So, das waren die ersten vier Vorteile. Abonniert jetzt auf jeden Fall unseren Kanal und auch die Glocke, denn in dem nächsten Teil, im zweiten Teil, kommen die nächsten vier Vorteile und dann im dritten Teil kommen die letzten vier Vorteile und jetzt kommen noch richtig interessante Vorteile. Also schaltet auf jeden Fall ein und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke, denn dann seid ihr informiert, wenn der nächste Teil hochgeladen wird und es wieder heißt zwölf Vorteile der Stiftung gegenüber der GmbH als Holding. Und wenn dein Interesse jetzt geweckt ist und du Interesse hast und jetzt schon sagst nach den vier Vorteilen, die für dich jetzt schon überwiegen, eine Stiftung vielleicht als Holding zu installieren, dann melde dich gern bei uns. Schick uns gern eine Anfrage. Wir beraten dich, wie gesagt, ausführlich, ob das für dich das perfekte Konzept ist. Also wir nehmen uns Zeit, deinen individuellen Fall ausführlich zu prüfen und wenn ja, dann setzen wir das Ganze für dich natürlich auch um und betreuen dich auch langfristig vor dem Finanzamt. Vor allem bei einer Stiftung ist eine langfristige Betreuung von einem kompetenten strategischen Steuerberater ganz entscheidend, weil da kann man viel falsch machen, aber man kann auch viel richtig machen, um diese zwölf Vorteile optimal zu nutzen, denn die Stiftung ist eine wunderschöne Rechtsform. Ich selber habe meine Familienstiftung und deswegen kann ich auch aus der Praxis sagen, dass sich diese zwölf Vorteile nicht nur bewährt haben, sondern eigentlich immer mehr dazukommen, denn als ich dieses Video geplant habe, hatte ich sieben Vorteile und umso öfter ich darüber nachgedacht habe, kam ein Vorteil mehr. Also eine Stiftung kann eine wunderschöne Rechtsform sein, nicht nur um steuerliche Vorteile zu genießen, sondern auch um andere Vorteile zu generieren, die Familienvermögen zu binden und und und. Deswegen melde dich gerne bei uns, wir beraten dich dazu ausführlich, wir begleiten dich auch langfristig, schicke uns dazu einfach eine Anfragekontaktdaten siehst hier unten jetzt nochmal eingeblendet und lass auch deine Steuern in Zukunft von uns optimal steuern.